Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Fall Game Minecraft Apex Mit dem Alex Hallo Und dem Chris Hallo 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 Ja Guten Tag Du darfst auch noch mehr Ja und ähm Ich braue Ich heiße Peter und ich bin Alkoholiker Ja gut das wissen wir ja Das sind Neuigkeiten, Neuigkeiten wollen wir hören Ja Zum Beispiel wo bist du gerade? Ja Leute wüsstet ihr die Story von seinem 18. dann würdet ihr denken er wäre Alkoholiker Die Schnauze Aber die ist Privatsphäre Ehm Deswegen Ich sehe den Namen gerade nicht Ich sehe den auch nicht aber ich habe gerade Eisen gesehen das ist viel wichtiger Eisen Hörst du dran Also ich glaube Fire Resistance Trank sieht ganz gut aus nur Kiste voll Nur Kiste voll Also eine normale kleine Hallo Aua Der rennt doch nicht in mich rein Aua 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 Also Chris wenn wir nochmal da hin müssen wir schwimmen einfach durch die Lava Meinst du können wir direkt in die Koordinaten Also die Koordinaten Ja können wir weil wir haben jetzt 30 Fire Resistance Tränke A8 Minuten A8 Minuten A-A A-A Okay A-A 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 habe mich verlaufen geil ja gut hier haben wir was abgebaut erst mal einfallen hier ist der da hier ist die lava perfekt ganz richtig ja ganz vorsehen zwischen der lave sind sicher irgendwo die hast aber ja aber ich habe holz hatte machen wir jetzt ganz einfach ofen ich habe eisen ich habe 51 eisen ja so was wir wollen das machen einmal das kann genau neben der lave geblendet haben ist natürlich super da brennt der ofen besser ja nur ist nur fahne hätten wir nicht direkt mal einfach lava reinschmeißen können ist natürlich auch super wenn du gleich was rausholst warum das droppt ja das droppst du ja nicht zum glück dass das wärs jetzt auch wenn du so am crafting table stehst und dann vergisst die sachen wieder rauszuziehen ja und was willst du mit eimer wir haben gar kein wasser verdammt doch irgendwo war wasser verdammt wo ich weiß ja das wasser hast du doch weg gemacht oder ja ich kann die quelle da wieder auf kratzen da hinten ist wasser ja ja kann ich dir das eisen wieder rausnehmen brauchst du was hat es jetzt nur deinen eimer geholt oder hast du zwei jahre mitgenommen nur ein eimer bist du so ein egoist sorry ist aber egal einer reichte theoretisch auch erstmal coole raus du kannst ja noch ein eimer machen da hinten ist ja noch wasser jetzt ja kann ich auch eh machen habt ihr es vergessen tut mir leid es tut mir so leid so was schmeiß ich denn raus ich habe es zu viel im inventar mal wieder ja soll ich den ofen mitnehmen oder oh ja was können wir dann raus schmeißen oh nein dann kannst du ruhig mitgeben ich habe noch ein bisschen platz ja dann nimm du den weil ich habe keinen platz moment was suche ich eigentlich gerade weiß ich nicht oh erstmal die lava hier hast du noch nicht erzählt was du davor hast ja ne ich habe gerade was gesucht aber irgendwie kein bisschen geistig verwitter rum geguckt warum habe ich keine weizen aufgenommen keine ahnung weil das hier noch rum lag streng okay ich habe ein gehirn in meinem kopf ich voller nicht ach so obsidian wollte ich weg und du sammelst sie wieder ein ne ich habe ja kein platz im inventar ich muss noch ein paar sticks machen ich mache unbedingt dings hier sticks kann ich dir geben glaube ich oder ne habe ich auch nicht mehr holz hast du aber noch ne ja für fackeln unbedingt fackeln erst mal ein stack fackeln gemacht oh kohle ich habe ja auch kaum kohle dabei kohle wir sind hier äh lol flittermaus alter wie viel enderperlen wir bitteschön haben mach mal eben einmal rüber zum wasser hier damit ich mir alles eben hoch kann Pierre ey was geht bei dir ab ey was denn wie viel enderperlen wir haben so ein bisschen gefarmt ja ein bisschen elf stück oder so also elf genau beziehungsweise jetzt noch zehn komm schon jetzt die frage wohin mache ich unsere gemeinschafts ender chest hab jetzt einen gemacht wo soll ich die hinstellen wir können sich abbauen mit meiner boots und klatschbezacke ja gut dann klatsch ich erst mal irgendwo in der ecke ähm hier so hin da hinten ist gold und eisel ich habe da moment noch nichts was da rein kann so ich kann mir noch ein bisschen von meinen trinken wir können mal versuchen in die gänger hier reinzubauen in die lava weil da gibt es ja irgendwo auch diamanten ja ich baue mal eben noch hier das eisen ab wir brauchen zwar jetzt im moment nicht so wahnsinnig viel eisen aber diamanten sind einfach wichtiger glaube ich so ok gucken wir eben die höhle einmal durch ja hier ist aber nichts kann sein dass keine diamanten in der nähe sind ja irgendwo müssen sie ja sein wir hätten die spawnrate von diamanten erhöhen sollen genau auf 95 prozent ja einfach so voll übertrieben einfach so einfach so du brauchst einen steinblock ab ne 50 prozent und noch und noch alle und noch alle höhen anpassen das habe ich glaube ich glaube ich auch pia mal in der testwelt gemacht ja einfach mal die wahrscheinlichkeit so nach umgepackt und noch alle möglichen schichten kann das vorkommen und dann hast du einfach wenn du über einen so einen berg oberfläche fliegst hast du einfach so drei fünf verschiedene quellen du siehst mit diamanten die dann auch direkt so eine quelle mit 30 40 stück ist oder so oder noch mehr zwei stacks oder sowas genau ich hab das gemacht und ich hatte kohle, eisen, gold, natürlich, redstone, diamanten, alles in einer quelle und die war einfach unendlich ach du hast alles hochgeschraubt ich hab nur einmal getestet mit diamanten hochgeschraubt so wenn mich noch keine die erzählen christian mit einem der menschen die anderen ruhig davon ja ja die finden wir ja auf jeden fall aber die hier sind nicht so aber ich finde die gegend ist auch scheiße irgendwie also du findest echt gar nichts was an diamanten das ist ein bisschen scheiße müssen wir uns eine mine weiter weg bauen ne 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 wir machen uns direkt ich hab ich hab übern stack schienen ach stimmt machen wir uns in richten machen wir uns in richtigen mine im zugang aber da mit den schildern und so das ist auch alles so übersichtliches das ist echt voll deine idee man das können wir echt machen genug eisen haben wir für minecarts kannst du ja erstmal ein ambus davon bauen pia kann sein dass dein inventar nur minimal voll ist äh kaum kaum oder pia das wäre erstmal eine sinnvolle investition denkst du das ambus ja jaaa vielleicht ambus ja gut was brauchst du für einen ambus zwei zwei eisenblöcke was drei eisenblöcke drei eisenblöcke drei eisenblöcke und vier eisen einzelne also insgesamt äh 31 oder wie viel das sind ja vier mal neun sind ne schon mal wieder ne quatsch 36 also 40 brauchst du ungefähr oder 39 30 ähm ja ich glaub hier ist ende ne hier ist auch wieder weiter runter achso da werden wir wieder zurücklaufen hm na stimmt so wie sieht denn dein inventar überhaupt aus voll ok sollen wir dann einmal ausladen gehen vielleicht ja können wir machen ganz gut dann so ähm dalla wii 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 oh redstone stimmt ich hätte auch den redstone überall abbauen sollen für level hm hm oh inventar ist voll geil diese sackel du hier unten einfach gesetzt hast aha ich glaub kannst du uns da dann monster spawnen die uns dann entgegen kommen aber meine hand ist eingeschlafen geil ja kann schon mal passieren wenn man nix macht äh boah also auf dem hinweg kam der langgang hier nicht so lange vor so mal gucken wie sieht denn die jetzt aus jetzt hmm ja 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 so was wollen wir noch dödu tödu tödu tö tö Du hättest auch mal an Treppenstufen sitzen können, ne? Ja, ich weiß. Ich hab mir mal fest vorgenommen, das ordentlich zu machen, aber ja. Ja, aber wird ja eh nicht unsere richtige Mine, weil diese Zeug woanders hin. Wie gut das Zuckerrohr einfach wächst, ne? Ja, Mann, das war geil. Wir haben schon so viele Stacks einfach nur. Ich glaub, man könnte mir wieder unsere Kühe besteigen lassen. Sich dagegen nicht besteigen lassen. Alex, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Nur trauen jetzt? Ja, wirklich. Ich hab hier aber auch drei Dinger gemacht. Wo ist die Kohle groß drin? Drei Puring Stands. Wo ist die letzte Kohle? Ganz vorne? Ach, du teilst eh auf, ne? Hm, da geht's schneller. Oh, da ist noch Eisen drin. Hm. Hä? Ach nee, das ist ein Crafting Table. So. Ich dachte grad irgendwie, das sieht so komisch aus. Ich dachte grad irgendwie, das sieht so komisch aus. Oh Gott. Ah, geil. Wir brauchen wieder Brot, Alter. Ich verbrauch die ganzen Brote. Also ich verbrauch grad fast gar nix. Ja. Das ist der einzige Vorteil gerade, ne? Ja. Ja, grad mal wieder 20 Brote gemacht. So. Kohle. Kohle. Kohle hat ne eigene Kiste. Ach, Gold hab ich auch noch. Ja, Gold hab ich auch schon in den Ofen reingemacht. Hast du schon einen Ofen? Ja. Ach, da. Zweite glaub ich, ganz links. Jo, hab ich schon dazu geschmissen. So, jetzt los. Schafe und Kürbe, steigt euch. Macht Liebe. Weil wir mussten ja notschlachten. Also das Lager muss auf jeden Fall größer werden, weil die sonstiges Kiste läuft ja total über. Ja, allgemein. Den Tonraum ist ja eigentlich mal erstens organisierter und zweitens richtig groß. Ja, dann mach doch mal unsere Fachkraft. Nö. Hat grad gar keine Lust. Ich hab grad Trollmodus activated, Alex. Was sind das hier? Auf der, auf der Stein. Gut. Wen willst du nur trollen? Mich selbst. Läuft bei dir. Du trollst dich selber. Nein. Sehr gut. Ich überleg mir was fürs nächste Mal, wie ich das mache. Das selbst zu trollen. Ja. Also im Moment wär ich eher in der Position zu trollen, aber mach ich nicht. Ich mach sowas nicht. Nein. Nein. Oh. Du nicht. Ah, du machst das grad schon. Perfekt. Jaja, ich such nur grad dir die... Also ich wär grad richtig in Position trollen zu können, aber... Ja, Alex, kauf dir den Eis. Drei, sechs, neun... Zwölf... Fünfzehn Potion of Invisibility, Henke. Was ist denn das hier? Ach, Smooth Endeside. Muss ich da ein Endeside? Sag mal, Chris, brauchst du noch einen? Was? Hier. Ich hab gar keinen Platz mehr. Achso, gut. Obwohl doch. Jetzt wieder ein bisschen. Wie heißt es denn? Mir keine gibt. Hier. Aufgenommen. Sehr gut. Kriegst du noch einen zweiten, wenn du noch zwei Platz hast. Achso, kann man den nicht stacken? Nee. Nee. Nee, ich hab keine Angst. Wenn du mich trollst, dann troll mich. Einfach. Ich will dich nicht trollen. Dann kann ich nicht... Ich hab nur Angst, dass du mich trollst und trollen willst, deswegen gebe ich dir keinen. Weil ich kann ja nicht an jemanden geben, wo ich nicht weiß, ob du dann anfängst, mich zu trollen, weißt du? Wenn du mich trollst, solltest du auch nicht. So einfach ist... So. Ja gut, ich mein, ist jetzt meine Endertruhe damit übertrieben voll? Ja gut, das ist sie. Oh man. Naja, aber ich hab auch viel für die Allgemeinschaft gemacht. Das waren so ein paar Sachen, die ein bisschen... Das ist erstens, weil du kein Holz verbraucht hast und weil du... Ich hab kein Holz verbraucht. Nee, das Holz hat, glaub ich, die Antonia verbraucht. Ich hab nur Dings verbraucht, nur zehn Holz... Dinger. Aber guck, Pierre, komm mal hier rein. Hier in die rechte Truhe. Da. Hier. Ja, das sind nur die, die... Da kann ich nichts machen, weil ich keine... Wir brauchen Melonen, dass ich hier oben welche machen kann auf Heeling. Okay? Äh, nicht Melonen, ja doch, Melonen brauchen wir. Dass ich auf Heeling machen kann, brauchen wir Melonen. Ich brauche mir aber auch selbst... Und nicht bei Kanzler. Ich weiß, ich weiß eh, wie die funktionieren, oder? Ah, ich weiß, wie die selbst funktionieren. Weiß ich auch. Lauf bei dir. Du, 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 du... Ist auch eigentlich nicht so schwer. Und wenn du nicht gehen willst... Ich war nur gut. Und dann ist es dann noch und noch... Ja, da ist die Trolle. Hey, ich bin hier wahrscheinlich noch größer, die Trolle. In der Tag des Trollens wird kommen. Das war nicht heute nicht. Ja, ich hier dann im Hals. Oh, eine. Ich hab keinen bekommen. Doch. Nein, der hat Chris aufgehoben. Hm? Was hast du bekommen? Chris hat keinen Inventarplatz, du hast die bekommen. Ach komm, ich bin mal nicht so... Ich hab keinen bekommen, Mann. Du weißt, dass du bekommen hast, aber hier trotzdem... Ich mach's, kriegst du nicht mehr zu wissen, okay? Mhm. Ja, hier. Ist mir scheißegal, bitteschön. Hast du halt vier oder drei. Jetzt hab ich drei. Drei hast du auf jeden Fall, das reicht. Ich hab keinen vierten, Alex. Ja, ist doch... Ist mir aber wohl, ich glaub jetzt drei oder vier. Auf jeden Fall ein paar Stück hast du. Und ich hab noch... Genug. Zehn. Kann mir trotzdem... Kann mir auch das ein Selbstwertiger machen, muss das nicht. Ich weiß, dass du ein Selbstwertiger machen kannst, wenn wir auch aktuell davon so viel haben, dass wir uns, glaub ich, fünf Truhen damit voll klatschen könnten. Da würde uns eher der Sand für die Flaschen ausgehen, als wie... Ähm... Als wie das uns die Rohstoffe dafür ausgehen würde. Christian, hab ich mir wieder zwei, sechs Kohle gesammelt, äh... Zwei, sechs Eisen gesammelt, also beschwere dich mal nicht, okay? Beschwere ich auch nicht. Ich würde mir erst mal gleich eine neue Rüstung davon machen. So... Ähm... Hm... Was brauchen wir denn noch so? Na gut, nicht so viel mehr. Aber Chris, hast du das überhaupt gesehen hier? Komm mal her, Chris. So, Chris. Ja, du hast das schon mal gesehen. Ach, Chris, plan grad den neuen Abteil. Mal anfangen damit, das schon mal zu planen und mit den Schienen und sowas. Und mit dem Sack kommt man eigentlich schon ziemlich weit. Ach Pierre, du hast aber auch die Truhe nebendran und die Tränke gesehen, ne? Ich hab alle Drogen, alle Drogen gesehen. Potion of Strengths plus 260. Für eine Minute dreißig. Ich hab's mal gesehen. Juhu! Oh, Gänsehaut. Oh... Ich glaub... Chris, hast du grad Chris? Ja, ja. Da hinten sind, äh... Alles an... Kannst du mal... Komm mal kurz mit, Chris. Wie hat er das denn hier gebaut? Ja, ich muss auch erstmal... Pierre hat's noch weiter gebaut, oder? Erweitert. Ja, ich hab, äh... Aus... 4 hab ich 8 Truhen gemacht. Ja. Ja. Ja, ja, ich hab jetzt ja auch schon mal erweitert. Ja komm, ich komm hier mal gucken, dann baue ich eben noch fertig. Ja, dann ist auch die Folge vorbei, nehm ich's langsam. Achso. Guck, hier haben wir unten Potion of... Unten Potion of Strengths. Ja. Also es ist 260 Angriffsschaden, ne? Und hier ne ganze Truhe voller Fire Resistance, wenn man Ausflug in den Laser machen will. Alter, ohne Scheiß macht den Fernseher noch lauter draußen. Alles klar. Muss noch beschriften. Ja. Kann man auch reingucken, dann sieht man's. Ist immer nur eine Art in der Kiste. Fuck. So, was brauch ich denn sonst noch? Äh, nix. Ich mach mal... Alter. Pierre. Was war das? Mein Handy aus Versehen. Hahaha. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Hahaha. Ach, es ist dunkel draußen. Dann hau ich mir mal Potion of Strengths rein. Ah, und, äh, fahr mal ein bisschen. Und, äh, ich würde aber trotzdem sagen, das war's von der Folge. Sagen Sie aber, wir sind bei 18, also bestimmt 20 Minuten jetzt. Äh. Ja, wie gesagt, ich hab ich... Im Moment vergesse ich ständig den Treiber. Jo, damit würde ich mal sagen, war's das von der Folge? Okay, bis dahin. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.